Jetzt habe ich einen Stern. Ja, verdient. Schade, dass man hier nicht springen kann und sich dann auf dem Hauptparken. Ja, ist ein bisschen doof. Das würde so viel mehr Spaß machen. Wo bist du denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Kannst du hier mal irgendwie einen Zaun umfahren oder so? Gucken wir nicht durch. Oh ja, okay, oder so. Nimm mal auch den ganzen Zaun mit. Ja, hast du wirklich gesagt? Ja, echt der Domino-Effekt gerade. Das ist einer der anderen und er noch. Ja. What do you want from me? I want to go with you in the helicopter. Wolltest du mich gerade zerblätten oder was? Nein. Zermanschen? Nein, 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 nein. Wie wäre der das jetzt gezogen? Ja, also... Bei mir war schon bis gerade... Gerade war Hälfte. Und jetzt noch ein bisschen. Ja, jetzt ziehst du voll nicht viel. Wer ist das da? Keine Ahnung, irgendein Asi. Töten. Mausel Surveillance-Camera. Kann er ja mal ausspälen. Wer bist du? Vor allem, wo ist der? Hier. Hö? Im Hangar. Da. Äh! Ist er tot? Auch die Polizei hier, hm? Moin. 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 Und jetzt? Ja, guck mal. Dann noch mal in einem Cargo-Bob gucken. Oder den mit dem Kopfgeld jagen. Oder eine Mission machen. Mir egal. Erst mal mit der Schnauze im Boden küssen. Wow! Das ist ein Assi hier. Lass mich mal da... bei den Helikoptern raus. Einfach nur kurz drüber fliegen. Nein! Ich wollte gerade aufsteigen. That ain't work. Das sind solche Assis. Ohne Witz. Was? Bringt das eigentlich Geld? Schlauze voll, aber... Was? Bringt das eigentlich Geld oder sowas? Wenn man aneinander killt, glaube ich schon. Echt? Sag mal. Nein! Au! Ich steh drauf, wenn da andere Leute stehen. Hammer time! Wow! Ich hab dir in den Band getreten. Hast du gar nicht. Boah, Junge! Junge! Hast du jetzt geguckt, ob du Geld gekriegt hast? Nein, du Pisser! Ich hab kein Geld gekriegt. Nur die 90, die auf dem Boden lagen. Na ja. Soll ich nochmal machen? Nein! Ich hab wirklich kein Geld gekriegt, okay? Ich hab gar keinen Hammer. Weil ich den auch nicht gratis nehmen konnte. So, was macht man denn jetzt? Eine Mission. Ja, mach doch eine Mission. Komm, Hammer time. Hä? Willst du Hammer time? Junge, du bist schuld. Soll ich dich treten? Oh nein, nein, nein! Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn treten. Aber der ist ja schon tot. Berg auf, Berg auf! Oh, der zurück, zurück, zurück! Irgendwas muss Simeon. Hier, ich mach die von Geralt. Oh ne. Hammer time! Der Hammer. Du kriegst jetzt auch Fresse da, du scheiß Anzugträger. Boah! Tot. Confirm settings. Was? Bist nicht tot? My crew members. Oh, das war geil. Ich muss mich grad noch prügeln, warte. Oh, shit. Oh, shit. Hey, Fuuu! I got a stake up for you in the Interestate. Mhm, 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 mhm. Ich wollte schon diesen Internet. What? Warte. Go. Go. Gugu, ah, Gugu. Launching session. Launching. Launching? Kannst du nicht Launching? Cool. Launching. Hammer time. Bist du unten? Was? Wo bist du denn? Ach, du bist da oben. Wo oben? Das ist doch Bullshit. Bullshit. Mach mal Tokyo Drift mit dem Roller. Ich muss erst mal reinkommen. Du bist der Eingang. Du, 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 du. Ich finde keinen Eingang. Das ist schlecht. Immer dem Exit folgen. Die, du, 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 du. Wenn du das nicht machst, dann kann man nicht solche Wahlkreise Dance machen. Wie über einen Bordstein springen. Zum Beispiel. Oder diese Rampe hochzufahren. Ja, das hatte ich eigentlich vor, aber die ist auf der falschen Seite. Das heißt, ich muss aber drehen. Wow. Ich glaube, wir fallen einfach nur hinten zurück. Let's test it. Du musst das mal wie so eine Halfpipe machen, dass du so hochfährst und dann wieder runter. Weißt du? Mit drehen und so. Wie das? Fiegt das so hin? Nein. Wow. Ich muss ja so ein bisschen mehr Speed nehmen. Wow. Okay, das ist voll schwer. Ich muss noch mehr Speed haben. Nailed it. Nailed it. Close enough. Das wäre lustig, wenn man... Oh, da ist noch eine. Oh. 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 Ich komme nicht über die Hecke. Oh, aber da kommt man durch. Oh. Nur mit der Mofa. Ist so. Da oben sind wir... Titten. Titten. Das ist... Ne, was ist das? Rücken. Schöner Rücken kann auch jetzt rücken, ne? Ja, doch ja. Das ist doch vorbei. Seitdem man hat Titten auf dem Rücken. Das spricht wie aus Erfahrung. Oh. Muss ich denn jetzt hin? Nicht nur vorne, auch hinten, so. Hehehe. Mach da. Fahr da hoch. Nehm die Rampe. Links. Nein. Nein. Hm. Oh. Schade. Da, der Weg. Hier, was für'n Weg. Hier, rechts. Das ist jetzt vorbei. Nein, ich fahr doch nicht wieder zurück, man. Boah. Hast du fast ein Laster gefahren? Oh. Vor uns haben gefahren... Vor uns haben angefahren. Vor uns hauen. Ach den. Ich gehe mit deinem Kopf da weg. Also, bitte! Wow, 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 wow! What a white! Ich hab keinen Dunkrebs. Nee. Aber Meth kannst du natürlich genauso gut herstellen. Hier die Minderheiten umfahren. Hoho! Oh, freue ich mich immer wieder mit dieser Scheiß- Hupe-Hupe und halt Hilfer zum Roller. Wollte ich die nicht anhoben, dann kommt so ein Lkw. Möp! Was ist der Hupe überhaupt? Vorsicht Roller! Ah, Lkw-Hupe nochmal im Mofa. Schon geil. Kannst du dich eigentlich auch noch vorne gehen? Ja, also Wow Ich kann mich noch ein bisschen nähen Denk mich jetzt gerade nach hinten Echt? Ein bisschen Abstand Na dran Jetzt haben wir nur keine gute Deckung Ist nicht nötig Wo sind denn die Drogen, die hier? Ach, da stehen sie schon Okay Ich nehme lieber Limer Ich nehme den Hammer Ja, ich schmeiß jetzt mit dem Mülleimer 3 zu 1 Ich seh den nun gerade gar nicht Auch nur 2 gesehen Egal, du siehst ja die Punkte jetzt Der Tomsky arrived at the deal Na, du bist noch nicht da, ey Mega heftig Wie lange du wieder brauchst Hallo Ich brusch mal hier über die Seite Nein Geh da doch nicht in Deckung Alter, was geht mit dem? Tja, man Fragt es sich manchmal Ha, 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 ha Oh, ich bin gleich Lol Das kam Ey, wartet Dennis steht mal lieber nicht Wir sind da Viele Viele Die Gute, dass es gut ist, dass ich hier nicht durchkomme Hammer Wodurch Durch den Zaun Guck mal nicht drüber Lol 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 Oh shit Ich hab das Ding aufgenommen Das wollte ich gar nicht Wischen ärgerlich Können wir das Auto? Ja, das kommt gerade zu dir durchgefahren Ach so Das ist ein cooler Van Ja, das ist toll Ich bin Level 40 in der Crew Sind noch welche? Ja, hier Das war einer Deliver the Coke to Gera's Apartment Coke Auf mich steht Cokes Coke Wollen wir den Motorrad nehmen? Klar Ja Natürlich Helm aussetzen Sehr gut Hast du eins? Was hab ich? Einen Helm Motorrad Ja Und jetzt auch ein Helm Ok, los geht's Let's go Nein, das ist Mofa Die Mofa Was auch immer Oh Die Neufa Njön Ach das Ist das ja schon Das hat sich ja echt gelohnt. Ja, ne? Smooth, move. Boah! Ich bin drauf. Ich habe keinen Schaden abgetungen gekriegt, weil ich den Helm auf habe. Ja, siehst du? Wer bringt es? Das war nur ein Sicherheitstest jetzt gerade. Nein, fahr mich nicht um. Jetzt habe ich gerade den Helm abgenommen. Oh, mein, wie uncool. Coke? Coke? Haben Bock auf eine Coke? Wie heißt die denn? Was? Wie heißt die Coke denn? Die haben doch jetzt immer einen Namen. Was? Ja. Coke-A-Colas. 950, Junge. Nicht übertreiben, ja. Hast du nur 49 Dollar gekriegt? Nein, RP. Wieso hast du 3000 gekriegt? Hammer. Gefällt mir nicht. Was? Ich habe eine 1000 Wunder gekriegt. Ja. Und bei mir steht 800 RP hast du gekriegt. Ja, habe ich auch. Wieso hast du mehr Geld gekriegt? Weiß ich nicht. Coolheit-Bonus oder so. Nee. Okay. Ja, natürlich. Die ist so ein bisschen selber verarscht. Schon Hammer. Hammer, öde. Hammer, geil. Hammer, das Gelaber von dir. Ich meine, ohne mich hättest du jetzt gar nicht mal diesen 12.000 Dollar Job kriegen können. Ja. Und auch vor den 25, was er immer war. Das war aber von Beatty. Ja, aber ich habe den ja auch. Bin ja am gleichen Level. Mein Battlefield 4 Poster, wie du ja bestrahlst. Wow, was mit Nuclea-Kram. Hm. Scheiße ist grün und nicht mehr blau. Nee, von der Lampe. Die war kaputt. Oh boy. Ich muss, ja, wollen hier, glaube ich, bald auch irgendwie mein Zimmer umrödeln. Und dann finde ich dafür auch einen Platz mit Rahmen von der Gamescom. Ist nämlich echt cool, das Poster. Köln Special. Poster. Legendary Motorsport. Hot Wheels. Guck mal, diese Arschlöcher. Die einen einfach so töten. Dabei mache ich doch gar nichts. Und Passivamodus ist auch irgendwie kacke. Ja, das ist schon scheiße. Kostet viel zu viel. 100. Ja. Voll geil, zähne. Früher, also wo ich damals, wo ich noch Level 5 war, war das ultra viel Geld. Da erinnere ich mich nur dran, damals. Damals? Boah, da waren das echt noch schöne Zeiten. Na jetzt? Da hattest du fast gar nichts. Oder war das mit dem Verdienen, mit den Jobs? Ach, das war alles besser damals. Ja, das stimmt. Ich wünsche mir die alte Zeit zurück. Da, wo die Autos noch in der Garage verschonten sind. Oh, ja. Oh, ja. Raktere gelöscht wurden. Ja. Los Santos Customs. Alter. Milet kriegt gar nichts. Hier sind nur dieses Blöde. Götter online. Flound your talents. Upgrade your game. Launch location. Play day one. Upgrade later. Current gen. Next gen. Launch shops quickly. Oh, der macht was. Irgendwas. Ja, mit mir auch. Tada. Hallo. Ich kann keinen Wireless-Controller entdecken. So, jetzt kann ich mich ja entdecken. Wo bist du denn? Hinter mir. Hallo. Ich hab meinen Helm noch auf. Und du? Ich nicht. Ja. Guck mal hier. Du musst aufpassen, nämlich für sowas. Schubst du ja immer, wenn der so nah dran ist? Oh, ich bekomme 1000 Dollar für gute Führung. Warte mal. Und du hast mir gerade geschubst? Ich will dich nur schubsen. Das zieht doch kein Leben, oder? Noch ein bisschen. Echt jetzt? Nein. Nur wenn ich so mache. Nö. Nix. Mal, der geht sofort in Kampfmodus. Hast du auch 1000 Dollar für gute Führung bekommen? Nö. Kriege ich hin und wieder echt mal. Immer, weil wir immer freien Modus machen und nicht einfach so abbrechen, heißt du? Warte. Kriege ich 1000 Dollar für guten Modus. Hat das gerade funktioniert mit nur Crew und Freunde? Ja, das hat doch mit mir schon funktioniert. Hab ich doch gesagt. Das ist mir eigentlich gar nicht zu. Nee. Nee. Nee.